Die Fugger, eine Familie armer schwäbischer Bauern und Weber, steigen nach 1367 in nur drei Generationen zum größten Handels- und Bankhaus Europas auf. Geldgeschäfte und Bergbau vor allem machen die Familie unermesslich reich. Ihr Geld bestimmt, wer deutscher Kaiser wird. Der Papst braucht sie zur Durchführung seines Ablasshandels. Das Netz der Firma umspannt die ganze damals bekannte Welt. Jakob Fugger, genial und skrupellos, ist der reichste Mann seiner Zeit und einer der mächtigsten. Aber hinter der Fassade der Macht verbirgt sich viel Menschliches, allzu Menschliches. Und trotz sozialer Stiftungen schlägt dem Monopolisten erbitterter Hass entgegen. Die Glanzzeit ist kurz. Schon im 16. Jahrhundert unter Antoni Fugger, dem zweiten großen Regierer, beginnt der Abstieg in die Bedeutungslosigkeit. Allmählich, aber unaufhaltsam. Beinahe mittellos war Hans Fugger nach Augsburg gekommen. Und schon in der nächsten Generation zählten seine Söhne Andreas und Jakob unter die 25 reichsten Familien der Stadt. Hochgebracht hatte sie ein eiserner Handwerkerfleiß, aber nicht der allein. Auch mancherlei Spekulationen mit Haus und Grund, geschickter Handel mit Tuchen, Spätzereien und Erz. Die Enkel des einstmals besitzlosen Einwanderers waren Städter erst in der dritten Generation. Und schon nannten sie sich, dank kaiserlicher Wappenverleihung, stolz die Fugger vom Reh, soweit sie Kinder des Andreas, und die Fugger von der Lilie, soweit sie Kinder des Jakob waren. Und allein von denen gab es zwölf. Der Tod freilich, wie damals an der Ordnung, fuhr hart unter sie. Anno Domini 1478 lebten von den sieben Söhnen der Lilienfugger nur noch drei. Und überdies war der jüngste von ihnen dem Geschäft verloren. Im Koherrenstift St. Veit zu Herr Rieden empfing er aus der Hand seines hochwürdigsten Abtes die niederen Wein als Vorstufe zur Aufnahme in den geistlichen Stand. Er, der nach seinem Vater auf den Namen Jakob getauft war. Was hält dich hier? Draußen liegt die ganze bunte Welt. Auf die habe ich nicht Hunger. Ich hätte mich mehr um dich kümmern müssen. Du warst 13, als du herkamst. Du scheust die Menschen. Ich weiß nicht, ob ich sie scheue. Mag sein, es ist auch was anderes. Was? Ich habe es nicht gern, wenn wer in mein Inneres kriecht. Jedenfalls, da nunmehr der Georg und ich übrig sind, unsere Geschäfte sind mächtig verzweigt und werden dich bitter nötig. Ich verstehe nichts von Geschäften. Das lässt sich lernen. Du gehst auf ein Jahr nach Italien. Ach, ihr Deutschen mit euren umständlichen römischen Ziffern. Da rechnet es sich mit unseren arabischen schon hurtiger. Ich habe sie schon in Augsburg gekannt. Oh, Verzeihung, Signor Fugger. Ich wollte nicht taktlos sein. Ihr schreibt jede Ziffer zweimal in eure Buchführung. Warum? Wir nennen das doppelte Buchführung. Warum doppelt? Auf dieser Seite vermerken wir das Soll, die Schuldigkeit, alles das, was man zahlen muss. Während auf der da steht unser Haben, das, was hereinkommen muss, versteht ihr? Jedes Geschäft führt zu einer gleich großen Veränderung auf diesen beiden Seiten hier. Denn wenn das Soll größer wird, wird das Haben kleiner und umgekehrt. Das führt dazu, man hat immer eine Kontrolle über den Gewinn. Kontrolle über den Gewinn? Und zwar auf einen Blick. Die Venezianer führen ein doppeltes Buch, während mein Vorschlag geht auf vier Bücher. Vier Bücher? Wo hast du das her? Ich habe es nur weitergedacht. Ich spalte hier das Schuldenbuch auf in zwei Bücher. In dem hier werden die Konten der Kunden geführt, der Einleger und Lieferanten. Die Personenkonten also. Während in dem da wird die Materie nach Sachen und Waren gegliedert. Barchen, Seide, Pfeffer, Metall. Und das da? Das ist das Unkostbüchlein, damit man all das vor Augen hat, was für eine Kalkulation wichtig ist. Vier Bücher? Wer kennt sich denn da noch aus? Wie ein Gewebe. Ich kenne mich aus, du nicht? Ein Netz von Zahlen über die ganze Firma geworfen. Ein Jammer wäre es gewesen, wenn er im Kloster versauert wäre. Begabt fürs Geschäft, wie er ist. Geschäft war Ihnen alles, sogar das Geistliche. Auch das, was vielen für das Allerpersönlichste gilt, das Heiraten. Für sie war auch das ein Geschäft. Ein Handel, klug zu bedenken und mit aller gebotenen Umsicht zu besorgen. Und in dieser Hinsicht stand der Familie ein glanzvoller Tag ins Haus. Nehmt etwas mehr Silberborte. Noch mehr? Ja, von der weißen. Es wird ein Tag, wie ihn die Stadt nicht gleich wieder haben wird. Es galt, eine Doppelhochzeit auszurichten. Dies war nun schon wirklich etwas Rares. Darin hatte die alte Fuggerin recht. Barbara Fugger sollte ihr Ja-Wort dem Konrad Meiting geben. Der immerhin gehörte einer herausragenden Familie von Kaufleuten an. Die Erwählte ihres Bruders Ulrich, Veronika Lauginger, brachte sogar einen der besten Namen Augsburgs ins Haus. Seit Menschengedenken zugehörig dem vornehmsten Patriziat der Stadt. Auch die vom Reh wünschen Glück und erlauben sich ein kleines Angebinde zu regalieren. Für den Herrn Meiting und seiner frischgebackenen Meitingerinnen je einen Schimmel aus bewährter ungarischer Zucht. Dem Herrn Vetter Ulrich mit Frau diese Sänfte. Auf das das Paar allzeit über alle Unebenheiten des Lebensweges hinweggehoben sein möge. Deshalb so säuerlich, Bruder Harz. Wer soll sich denn in sowas hocken? Der Vetter Lukas liebt das Aufwendige, wir wissen es doch. Nicht ärgern, dass er so unnötig protzt. Uns ehrt er damit nicht. Hier ist das Gewerkbuch, Herr Fugger. Die Herren Brüder kommen eben runter. Schon recht. Nun, Brüderchen, schon bei der Arbeit? Es ist nach neun. Ich hatte gestern Hochzeit. Verzeih. Und dafür, dass er nach dem Gelager auch noch die Brautnacht zu bestehen hatte, ist er zum Erstarren rüstig. Einen Krug Wasser. Etwas von einem Pfaffen hat er noch immer an sich. Oder nicht? Was studierst du denn da? Das Buch über die Gewerke in Salzburg und Tirol. Auf der Rückfahrt von Venedig bin ich in Gastein gewesen. Und? Je tiefer man in den Berg kommt, umso mehr Geld braucht man. Deshalb sind die Grubenbesitzer alleweil knapp mit dem Geld. Haben Sie zu leiden versucht? Wir könnten uns bedeutend stärker beteiligen als bisher, finde ich. Was wir bisher schon reingesteckt haben, ist nicht so wenig. Aber alles gegen Schuldschein gegeben, wie ich sehe. Das weiß sehr. Warum? Anteile wären besser. Wir sollten so viele Gruben erwerben als nur irgend möglich. Unsinn. Wir graben nicht nach Metall, wir handeln damit. Ein Kaufmann wird sich keine Gruben aufladen. Das finde ich sehr kurz gedacht. Ich verstehe, was er meint. Wenn wir Teilhaber in den Gewerken wären, könnten wir mehr Einfluss auf den Handel nehmen. Wir könnten unsere Erzkonkurrenz hübsch aus dem Venedig-Geschäft drängen. Nun, nun, gleich. Verdrängen. Aber im Grunde ist der Gedanke gar nicht schlecht. Ich werde demnächst hinunterreisen. Das hätte gern ich getan. Ich nehme dich gern mit, ja, Köple. Allein. Ich möchte gern allein fahren. Du allein? Aber du hast keine Erfahrung in solchen Sachen. Eben, das wäre endlich die erste. Er will sich meiner Aufsicht entziehen. Wenn er unbedingt drauf versessen ist. Auf einem so randständigen Feld wie den Gewerken kann er gar so viel Schaden nicht stiften, auch wenn er daneben haut. Sie unterschätzten ihn. Es war seine erste Unternehmung. Und, wie bei bedeutenden Menschen nicht selten, schien er in ihr gleich völlig enthalten zu sein. Die Lage war, dass die Schürfrechte seit je unter die Domäne des Landesherrn fielen, in diesem Fall des Herzogs Sigmund von Tirol. Also begnügte der junge Augsburger Herr sich nicht, einige Gewerke und Gruben an sich zu bringen, wie es sein Auftrag war. Dies freilich tat er auch. Doch, sondern das, worauf er abzielte, als auf etwas, was in die Tasche zu stecken sei. Das war der hohe Herzog selber. Sich in diesen Herren einzuschleichen, gewissermaßen ihn auszuhöhlen von innen heraus, dafür sah Jakob sofort einen Weg. Er brauchte nur des Herzogs gierigen Hunger nach Geld zu stillen. Aber nicht offen und gerade zu, sondern durch vorgeschobene Mittelsmänner, damit der Herzog seine Abhängigkeit nicht zu früh merkte. Das war neben harter bergmännisch-technischer Arbeit der Zweck, den Jakob in jenen Tagen eifrig verfolgte. Herr Fugger, das Gestein wird härter. Wir können es bald mit Ritzeisen und Fäusteln allein nicht weiterbrechen. Sprengt es. Hm, gut. Ich dachte gleich, euch hier zu finden. Es geht euch der Ruf eines unermüdlichen Arbeiters nach. Herr Zink, entschuldigt, ich habe euch zu mir bestellt, aber... Ihr hattet nicht Zeit, auf mich zu warten. Niemand versteht es besser als ich. Es ist mir lieb, euch hier draußen zu treffen. Im Kontor gibt es immer irgendwo lange Ohren. Habt ihr also vor, endlich das Visier zu heben? Erwartet ihr das? Ich kann nicht ewig euer Strohmann sein, auch wenn es noch so einträglich ist. Ihr habt den Herzog Siegmund jetzt. Ich trage die Unterlagen nicht bei mir, aber es werden bereits mehr als 10.000 Gulden sein, die ich ihm auf eure Rechten geliehen habe. 11.639 Gulden und 48 Heller. Er ging mich um weitere 5.000 an. Ich habe gesagt, dass er zweifelhaft, ob ich sie auftreiben kann. Ihr könnt, Herr Zink. Nun, es ist euer Geld. Holt es euch heute oder morgen. Der Herzog wird das Geld vertun. Schneller als sonst diesmal und auch dümmer. Offengestanden, ich fürchte, er würde es in ein venezianisches Abenteuer stecken. Meint ihr, dass er tatsächlich dazu neigt? Er bildet sich eines, während Streich der ihm was bringt. Aber um den Venezianern gewachsen zu sein, bedarf es anderer Mittel und vor allem eines anderen Mannes. Könnt ihr ihn trotzdem darin bestärken, dass er es versucht? Ich kann jede Meinung vertreten. Ich bin Jurist. Ihr wollt auf seinen Untergang setzen, aber ob, wer ihm nachfolgt, besser für uns wäre. Man deckt seine Karten erst auf, wenn man sticht, Herr Zink. Verzeiht. Ich wollte nicht neugierig sein. Nach Venedig? Ja, zur Kanzlei des Duschen. Und? Nichts Schriftliches? Nein. Wenn man dich abfängt, Du gibst deinen Auftrag nicht preis. Auf keinen Fall. Ihr könnt euch auf meine Treue verlassen, Herr. Treue ist gut. Interesse ist besser. Wenn du getan hast, was du sollst, zahle ich dir 50 Dukaten extra. Es geht um Herzog Sigmund? Ein gewisser Zink. Merk dir den Namen. Zink. Gab ihm 5000 Gulden, mit denen der Herzog gegen den Markt zu Bozen ziehen und kriegerisch Hand an die Waren der Venezianer legen will. Sag den Venezianern, der Jakob Fugger warnt sie und hätt sein Pferd. Es hat wenig Zeit. Nun, untergehen würde er nicht, der tirolische Herzog. Aber in Schwierigkeiten geraten. Das allerdings. In Schwierigkeiten und noch größere Abhängigkeit vom Fugerschen Geld. Und dies umso gewisser, wenn es die Venezianer nicht unvorbereitet traf. Ein unfrommes Spiel, das er sich da zusammenmischte, der einstmals mit den niederen Weihen gesalbte. Und er spielte es so gelassen, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Der weindunstige Herzog Sigmund mochte über dieses Spinnengeweb stolpern und sich dran erhängen. Er wusste selber nicht, wie. Wir sind verloren. Nun, nun, herzogliche Gnaden. Verloren nicht. Verloren. Sag's ihnen, Ross. Die Republik Venedig hat Truppen gegen uns in Marsch gesetzt. Ich hätt's nicht gedacht, dass sie das täten. Ich hätt's einfach nicht gedacht. Wir haben aber auch herzogliche Gnaden sich auf sowas einlassen können gegen die mächtige Republik. Hat man Sühneforderung gestellt. Ein Reuebekenntnis und 100.000 Gulden Schadenersatz. Mein Gott. 100.000? Aber wie konnte ich ja nur... Ich weiß es ja selbst. Ich hab die Zusammenhänge verkannt ohne Zweifel. Aber zum Klagen ist's jetzt zu spät. Baumgartner. Wie viel ist verfügbar? Nicht mehr als 52.000. Das heißt, wenn man das Letzte zusammenkratzt. Dann fehlt fast genau die Hälfte. Das geht über meine Kraft, herzogliche Gnaden. Bestenfalls kann ich 4.000 geben, aber nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr. Zink. Ich bin ein kleiner Geschäftsmann. Euer Gnaden ziemlich am Ende. Zu meinem Bedauern. Nichts. Dann sind wir verloren. Das denke ich nicht. Es fehlen 48.000 Gulden. 48.624 exakt. Das Haus Fugger wird sie erlegen. Gegen entsprechende Sicherheit. Versteht's? Hier ist es mein Gott, Josef. Fugger. Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen. Die haben dich heruntergeschickt, um ein paar Kukse zu kaufen. Und jetzt verleiht er Geld. 50.000 Gulden. Er ist verrückt. Es ist so gut mein Geschäft wie deins. Ich hab noch keinen Guldenverlust gemacht. Bei solchen Anleihen bleibt das dicke Ende nicht aus. Immerhin, wir haben die Silberrechte ganz Tirols zum Pfand. Es sind die silberreichsten Herzogtümer. Pro Barren Silber zahlen wir an die Gewerke 5 Gulden 2 Kreuzer. Und verkaufen es an die Münze in Hall für? 8 Gulden 4 Kreuzer. Macht 3 Gulden 2 Kreuzer Gewinn. Um es klarzustellen, du hattest kein Recht zu solchem Abschluss ohne Auftrag von mir. Ich leite die Firma. Aber wir liegen mit dem Geschäft nicht schlecht. Was er da treibt, macht einen schwindelig. Andererseits, wenn wir noch ein wenig nachschieben würden. Noch mehr? Ja, du hast mich verstanden. Kleidung, Speis und Trank des hohen Schuldners, alles käme aus unserem Sack. Er wäre uns zu eigen mit Haut und Haar. Oder wir ihm. Dieser tirolische Kretan, der sein bisschen Hirn versoffen hat. Was, wenn er bankrotiert? Ich bitte dich, Ulrich, einer, der sich hereinlegen lässt von einem Grünschnabel wie ihm. Man müsste sich natürlich absichern. Und wie? Durchs Haus Habsburg zum Beispiel. Bewahre mich Gott. Sollen wir uns vielleicht gern so etwas Labyrinthisches stecken wie die Politik? Wir stecken schon drin, Georg. Schon seit langem. Darin stimmten sie überein, die Brüder Jakob und Ulrich. Und sie hatten Recht. Es waren keine Geschäfte mehr zu machen. Nicht solche, die zählten. Ohne Verstrickung ins Große, ins Weite, ins Europäische, in die Politik. Die Vättern vom Reh hatten es lange erkannt. Und sie waren nicht schlecht gefahren bei ihren Geschäften mit dem Kaiserhaus. Die von der Lilie nahmen sich dies zum Vorbild und übertrumpften es zugleich. Sie warfen sich auf den Innsbrucker Hof. Und zwar so heftig und gründlich, dass bald überhaupt nichts mehr ging. Ohne Fuggasches Geld. In ganz Tirol nicht. 723 Gulden und 16 Heller für die Gehälter der Hochbeamten. Wenn ihr quittieren wollt, Herr vom Rost? Schon der dritte Monat, dass das Salär pünktlich ausgezahlt wird. Eine veritable Novität in Tirol. Der Herr Suiter hebt für die Landstände ein? Nehmt auf. Für zwei Monate, Herr Zink. April und Mai, ich weiß, macht 329 Gulden, 18 Heller und sechs Kreuzer. Zähl es aus. Wenn ihr zwei Schritt beiseite kommen möchtet für die Sonntag-Kartifikationen. Für die, die ihnen nützlich waren, fiel ein hübsches Sümmchen nebenbei ab. Der Wagen muss geschmiert werden, um zu fahren. Aber das tirolische Spiel, so gut es sich anließ, war nicht ungefährlich. Denn dies immerhin war vorauszusehen, dass es ein übles Ende nehmen würde mit dem Innsbrucker Herzog. Und dann waren zwei begehrliche Nachbarn zur Stelle. Bayern, Landshut und Wien. Schon einmal hatte Bayern versucht, das Land Tirol seinem verrotteten Herrn abzukaufen. Und ums Haar wäre es auch geglückt. Dann aber hatte Habsburg sich stark gemacht mit der Absicht, die österreichischen Erblande nicht auseinanderreißen zu lassen durch einen bayerischen Keil. So war es damals gegangen. Doch wer wusste, wie es ein andermal gehen würde? Und ob man nicht vielleicht all seine Investitionen verlor, von einem Tag auf den anderen, wenn man sich auf Seiten des Verlierers befand. So wie die Dinge lagen, gab es nur ein Mittel. Man musste selber dafür sorgen, dass die Dinge liefen, wie man sie brauchte. Man durfte den Gewinner nicht bloß vorausahnen, man musste ihn machen. Man durfte in die Politik nicht hineinstolpern aufs Ungefähr. Man musste in sie eintreten mit absichtsvoll geplantem Schritt. Beim Frankfurter Reichstag im Jahr 1490 hob das geheime Paktieren mit dem Hause Österreich an. Ihr seid der Fugger. Zu dienen, Hoheit. Wie ist das, hätten wir uns irgendwann schon einmal gesehen? Zu Augsburg. Im Jahre 1473. Wir waren ja Kinder damals. Ich war ein Kind. Hoheit waren damals schon Bräutigam. Ich bin seit acht Jahren Witwer. Ach, es ist schrecklich, wie die Zeit verrinnt. Es tut mir wohl, jemanden zu sehen, der mich an meine Frau erinnert. So, wir sind in Geschäften. Wollen die Herren mir nach dem Saale folgen? Wo bleibt der andere Gang? Soll ich verhungern? Oh je, ich bin schon ganz voll gefressen. Wenn ich nichts Herzhaftes kriege, muss ich zwischendurch glatt in ein Äpfelchen beißen. Herr Zink, eure herzogliche Gnaden. Ich habe Ihnen gesagt, dass es jetzt nicht geht. Er bringt das Fugger'sche Geld. So was passt immer. Na, magst du auch einen Haxel? Ich komme eben vom Tisch. Ach was, ein Hühnerhaxel vertragt. Der Weg ist Alkohol. Es bleibt ohnehin in der Firma sozusagen. Weil vom Herrn Fugger lebst du wie ich. In dieser Sache bin ich hier, herzogliche Gnaden. Brav, brav. Aber ich kann im Wassertag schwerlich quittieren. Das wird auch nicht nötig sein, herzogliche Gnaden. Der Herr Fugger lässt Ihnen sagen, dass es ihm ans Herz greift, aber er kann eurer Gnaden unmöglich länger mehr dienen. Er kann. Was heißt das? Bist ein Erresch Zink? Ohne den Fugger sein Geld kommt alles in Stocken. Mein Herr weiß das sehr wohl. Allein es geht nicht um das, was er will, sondern um das, was er kann. Na, er will die Rendite in die Höhe treiben. Ich soll ihm noch mehr Rechte übertragen. Habe ich recht? Wir sind nicht flüssig derzeit und keine Rechte der Welt. Herzogliche Gnaden müssen nach anderen Quellen suchen. Ja, da könnt ihr Gift draufnehmen, dass ich das tue. Ich beruf meine Landstände ein. Die werden mir dann schon helfen. Aber dann soll er sich vorsehen, dein Fugger. Dann sind wir geschiedene Leute. Rollen wird's ihn noch, Zink. Rollen! Ein warmes Tuch. Mir ist der Hunger vergangen. Die Landstände des Parlament Tirols waren seine einzige Hoffnung. Dieses Parlament hatte die Macht, ihm Mittel zu bewilligen, durch die er glücklich zum rettenden Ufer hätte kommen können. Aber es konnte dem Ertrinkenden auch anders ergehen. Nämlich, dass jene, die er zu Hilfe rief, ihn erst recht in die Tiefe traten. Und, was er nicht wusste, eben daraufhin waren die Karten seit Frankfurt gemischt. Verstohlen. Und unter dem Tisch. Sie sind alle versammelt. Auch, Maximilian? Nun dann. Es geht runter und drüber. Man hört's. Und alle sind gegen ihn? Sie fallen alle über ihn her, schreien Misswirtschaft. Und das hat Tirol ruiniert. Und der Erzherzog Max? Sitzt da mit argloser Miene, als ging's ihm nichts an, und alle schreien, wir wollen ihn zum neuen Herrn. Sie wollen, Sie wollen, dass ich abdanken soll? Aber ich bitte euch, herzogische Gnaden, seid ein Mann. Ihr müsst euch entscheiden, Vetter. Ich flehe euch an. Lasst mir Zeit. Nicht ich bin's, der euch drängt. Eure eigenen Landstände sind's. Ihr sollt mir Zeit lassen, sag ich. Ich wollte, er machte dem Jammer ein Ende. Geht ihr hinan? Mhm. Ihr hättet ihn retten können, Fugger. Meine Dankbarkeit wird nicht fehlen. Es dürfte genügen, Hoheit, wenn ihr unsere Absprachen so redlich einhaltet, wie wir das tun. Ich übernehme sämtliche Schulden, die er gegen euch hat. Auf heller und fennig. Ein ritterliches Ehrenwort. Ihr hättet mir helfen können. Ihr hättet mir helfen können, Fugger. Ihr seid reich. Eure Gnaden waren selber oftmals reich. Eure Gnaden wissen, wie's damit geht. Ich bitte euch, Vetter, nehmt auf Vernunft an. Euch meinen Stuhl abtreten? Meint ihr, es fällt leicht? Ihr habt keine Wahl. Aber nur gegen eine Rente. Tausend Gulden im Monat. Ich hab's euch zugesagt. Ich danke ab, weil ich selber will. Weil ich der Plagen und Müden über bin. All die ewigen Sorgen, Entscheidungen. Weil ich alt geworden bin. Anderthalbtausend Vetter. So viel hattet ihr als Regierender nicht. Sie lassen sich nicht länger hinhalten, euer Liebten. Es gibt ein Unglück, wenn ihr noch länger zaudert. Ich schwör's. Nun gut. Meine Tränen über euer Haupt. Alle erjagt da ist, aber es war zu erwarten. Gut gemacht, Vetter. Ich gönne euch den Erfolg. Brav. Wie nicht, da ihr als Gläubiger des neuen Herrn von Tirol an dem Zuwachs kräftig mit profitiert. Es ist angenehm. Ich leugne es nicht. Obgleich wir vom Reh über ein Ländchen wie Tirol lang hinaus sind. Eure Silbergeschäfte in Ehren, Vetter. Aber wir handeln überall in der Welt. Ich bin der Eigner von Löwen. Der Stadt im Brabant. Der Erzherzog Max hat sie mir übereignet. Zum Pfand seiner Schuld. Da wünsche ich Glück, Vetter. Gott befohlen. Wie war unser Herzog Max? Wie war unser Herzog Max? Wie war es? Es lebe unser Herzog Max. Und wenn er lebte, so ein wenig von der Fuga Gnaden und Diensten jetzt. Mithin würden auch sie leben. Von den Gnaden und Diensten des habsburgischen Maximilian. Und nicht schlecht, stand zu hoffen. War er doch nicht bloß neuer tirolischer Herzog wie der vorige, sondern auch Erbe des stolzen Reiches Burgund. Dank ehelicher Hinterlassenschaft seiner früh verstorbenen Frau. Nicht unangefochten zwar, aber eben doch Anwärter darauf. Zudem Sohn des römischen Kaisers, eines Tages wohl selber Kaiser. Und vielleicht bald. Denn Friedrich III. wuchs schon dem Erdboden entgegen, alt wie er war. Ein glückloser Dulder seiner Lebtage lang und nun auch noch krank. Das sieht aber übel aus, Majestät. Er ist brandig, wie? Noch nicht, doch er kann's werden. Hölle schon wehtun, als jetzt kann er mir auch nachher nicht. Wenn's so weit käme, was Gott verhüten möge, müssten wir ihn amputieren. Abschneiden, meinen Fuß? Es wäre die einzige Möglichkeit, das Leben der Majestät zu retten. Ich hab meinen Lebtag lang Unglück gehabt. Vielleicht hab ich dies einemal Glück. Was gibt's? Die Audienz sollte schon vor einer Stunde begonnen haben, Majestät. Soll ich die Leute lieber heimschicken? Schon wieder? Ich hab dreimal abgesagt. Wie viele sind's? Sechs Personen, Majestät. Sie sollen's kurz machen, in Gott's Namen, sag's Ihnen. Ich hab wenig Kraft. Nehmt die gegen die Schmerzen, Majestät. Und für einen guten Schlaf. Majestät, behandelt Sir Lukas Fugger aus Augsburg. Ach, der Fugger vom Reh. Ja, ja. Bringst du mir Geld, Fugger? Ich wollte's wär so, Majestät. Das war nur ein Spaß. Ich komm wegen der Stadt Löwen, Majestät. Ach, ja, mein Max hat's dir verpfändet, gell? Aber die Stadt will nicht zahlen, Majestät. Oh, will nicht zahlen? Der Rat hat mir geschrieben, die Schulden Habsburgs gingen Sie nichts an. Ah, das ist impertinent. Es ist unerhört, Majestät. Ja, 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 ja. Ich bin's gewohnt, Fugger. Kann nix machen. Ihr müsst einen Prozess anstrengen gegen die Löwen. Das hab ich, Majestät, und zwei Urteile erwirkt. Jedes um teures Geld. Der Rat hat die eingegangenen Zahlungsbefehle ordnungsgemäß ausgehängt und nichts bezahlt. Ich weiß mir allmählich keinen Rat mehr, Majestät. Ach, schnöde Welt. Aber nix für ungut, Fugger. Ich hab so unerträgliche Schmerzen in meinem Fuß. Und draußen warten noch fünf andere. Darf ich wenigstens hoffen, dass, Majestät, die Reichsacht über die unbotmäßige Stadt verhängen werden? Die jedenfalls, Fugger. Die Reichsacht jedenfalls. Das verspreche ich. Es ist doch der Brand. Doch der Brand. Er hatte Recht, wie beinahe immer, wo es ums Unglück ging. Es war der Brand. Nochmal dasselbe. Das war schon der Dritte. Ich vertrag doch den Wein so schlecht. Heute müssen, Majestät, aber trinken. Es lindert ein wenig den Schmerz. Wir haben etliche Schlafwurz in einem gekocht. Schlafen? Ich werd doch wohl nicht schlafen, wenn Sie mir meinen Fuß abschneiden. Aber pro nobis peccatoribus. Nun geht in hora mortis nostre. Mein armer Fuß, mein lieber armer Fuß. Bitte trinkt. Mein lieber armer Fuß. Eine gnädige Ohnmacht. Macht Arsch weiter. Schön, ne? Oh ja, er wird schön. Der neue Doppelbalkon mit dem goldenen Dachl drauf, ne? Es freut mich, dass Hoheit Geld für so etwas übrig haben. Ich verstehe, dass ihr bitter seid, aber was soll ich tun? Die Einleger fangen schon an und wollen ihr Geld aus der Firma ziehen. Ich finde keine Nacht mehr Schlaf, Hoheit. Was ich euch geliehen habe, war fast mein ganzes Kapital. Hilf mir Gott, Hoheit, aber ich saufe ab. Wie euch denn helfen, sagt selbst. Mein armer Vater hat trotz seiner Krankheit die Reichsacht über Löwen verhängt, wie ihr es verlangt habt. Und was half's? Ja, weil sie auf dem Papier steht und niemand sie exekutiert. Ich denke, ein paar Fürsten gegen die Ungehorsamen aufzubieten, dazu sollte das Reich wohl imstande sein. Ja, das Aufgebot dazu ist ergangen. Aber soll ich euch wirklich sagen, was die Antwort drauf war? Fällt uns nicht ein, uns der Feindschaft einer so mächtigen Stadt auszusetzen für nichts Besseres als einen schwäbischen Pfeffersack. Na, ich sag nicht, was ich selber denke, nicht? Bloß, was man mir so erzählt hat. Ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Nun, es hat doch nicht alles immer nur eine Seite. Mein armer Vater war so elend dran und ist doch wieder gesund geworden. Ich geb gern ein Körperglied her, wenn's mir heraushelfen möchte. A, E, I, O, U. Das sind alle Vokale des Alphabets. Weißt du, was das heißt? Alles Erdreich ist Österreich untertan. Ich hab's auch schon anders gehört. Allererst ist Österreich verlor. Ja, meine Wiener, böse sind die. Ein furchtbar giftiges Volk. Nun ja, ist ja auch ein ausgefallener Warnspruch für einen, der so oft aus seiner Hauptstadt vertrieben worden ist. Sie hätten's am liebsten gesehen, wenn ich abgekratzt wäre. Aber Majestät. Ja, sei still, Josef, ich weiß es eh. Aber ich hab Ihnen den Gefallen nicht getan. Ich werd 100 Jahre alt, Josef. Schon aus Trotz. Ich kann mich noch tadellos bewegen. Auch ohne den Fuß da. Geht doch tadellos. Selbst der Chirurgus hat sich das nicht gedacht. Majestät hat man starten will. Ja, ja, gell? Wenn's dummer ausgeht, werdet's mich Friedrich den Lahmen nennen. Gescheiter lahm als tot. Majestät sollten nicht gar so viel von der Melone essen. Ich hab's halt so gern. Aber es ist schon die zweite heute. Hab direkt einen Heißhunger. seit der schlimmen Nacht da. Verzeiht, Hoheit, aber ein Kurier aus Wien ist da. Von meinem Vater. Seine Majestät ist tot. Aber das kann doch nicht möglich sein. Er war doch wieder ganz gesund. Es kommt so plötzlich und unerwartet. Der Kurier sagt, es war eine Magenkolik. Gott sei seiner armen Seele gnädig. Ist draußen was? Nichts Besonderes. Nur wieder der Fugger. Er wird doch begreifen, dass ich jetzt für ihn keine Zeit habe. Man sagt, wenn Löwen nicht zahlt, macht er unweigerlich bankrott. Bitte für ihn, nicht für mich. Wenn er bankrott geht, verfallen die Schulden, die ich gegen ihn hab. Ich kann mir ein ärgeres Unglück denken. Mein Gott, der arme Vater. Jetzt heißt's zusehen, dass ich Kaiser werd. Alles zur Abreise richten wir von Standepäde nach Wien. Kaltschneuzig war man. Was Wunder in so hochpolitischem Augenblick. Wer sollte da Muße haben fürs Wohl und Wehe eines Handelsherrn? Tut mir leid. Unentwegt war's aufwärts gegangen. Sollte es denn wirklich mit einem Mal abwärts gehen? Lasst mich hinein, weg da. Lasst mich durch. Ich kann euch euer Geld nicht geben. Lasst mich in Ruhe. Er muss doch weg. Jetzt ist doch noch weiter. Was soll das? Mein Gott, wozu sich was vormachen? Es ist halt, wie es ist. Die reißen einem ja da draußen die Kleider vom Leib. Wenn ich nicht bloß die Fremden auszahlen muss, sondern auch euch. Die Familie selber. Dann ist es vorbei. Ich verlang nichts, außer was mir zusteht. 40 Jahre lang hab ich die Firma geleitet. Und gut. Euch alle hab ich mit Trüffeln gefüttert. Und jetzt stehen wir vor dem Bankrott. Aber nicht, wenn wir zusammenhalten. Und wenn dir das nun misslingt, dann haben die Gläubiger, die da draußen schreien, ihr Geld und... Und wir gehen dabei leer aus, jawohl. Der Anna ihre Mitgift hab ich stehen lassen im Geschäft, aber geschenkt hab ich sie euch nicht. Du hast seinerzeit 1000 Gulden bekommen. Und 3000 stehen im Ehevertrag. Moment mal, da gehen aber meine Ansprüche immer noch vor. Macht, was ihr wollt, aber das Erbteil meiner Mutter selig geht alleweil vor. Ob's dir nun passt oder nicht, wir aus der ersten Ehe haben auch unser Recht. Wenn man dir's in die Hand gegeben hätte, dann wär's längst versoffen. Muss ich mir sowas anhören, Vater, in deinem Haus? Ja. Doch nicht. Schließlich ist's doch wahr. Mein Ehevertrag gehört eindeutig zur Jurisdiktio Contentiusa. So was geht an uns? Hör auf, hör auf, hör auf, der Kai beführt doch so nichts. Du kreist ja doch selber. Du musst verkaufen, was immer du hast, das Haus, alles, solange es noch geht. Um den Erlös wir in den Rachen schweißen. Was ich an Heiratsgut mitgebracht habe, das rette ich ja wohl. Mein Gott, wie würdelos das ist. Du musst gerade von Würde reden. Ich bin dein Vater, Lukas. Meinst du, ich bin stolz drauf, dass du uns alle in den Dreck kutschiert hast? Hättest du ordentlicher gearbeitet, wir wären nicht da, wo wir sind. Da schau her, so als... War das etwa meine Schuld? War ich dabei. Als du verhandelt hast beim Reichsgericht. Ganz umsonst. Also das ist der Dank. 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 Hab ich vielleicht Dank von euch? Wofür denn? Fürs Bankrotieren vielleicht? Du Hunsfatt. Du kannst mich nicht beleidigen. Einer wie du hat für mich seine Ehre verspielt. Du wagst es. So weit hat es kommen müssen mit uns. Hättest du früher drauf besinnen sollen. Es gab keine schwerere Sünde unter ihresgleichen, als ohne Geld zu sein. Graben am Lech. Von hier hatte der Großvater Hans seinen Ausgang genommen. Hier verkroch sich der Enkel als alter, verbitterter Mann und erwartete sein Ende. Das halb verfallene Haus und 14-Tag-Werk Wiesen und Äcker waren noch sein. Du hast kein Glück gehabt, Lukas. Dass du dir nicht so gut bist für einen Besuch. Ich komme in Geschäften. Das dachte ich fast. Aber ich habe mein Haus am Weinmarkt verkauft und meine Schulden bezahlt. So gut es ging. Bei weitem nicht alles. Sie wollen dir auch das hier noch pfänden. Steckst du mit ihnen zusammen, dass du das weißt? Ich habe keine Verwendung für eine Bauernkarte. Wenn ich sie dir abkaufe, dann aus Mitgefühl. Das klingt nicht nach einem hohen Preis. 200 Gulden. Sie ist gleich das doppelte Wert. Wenn sie gepfändet wird, bekommst du gar nichts. Wenn ich das bisschen Haus und Land noch verliere, weißt du, was ich dann noch habe? Vier selber in der Becher. Und vier beschlagene Löffel. Das ist meine ganze Rente für die Jahre, die ich noch lebe. Du kannst hier wohnen bleiben. Die Herren Fürsten bereichern sich an seinem Bankrott. Es hat ihm geschmeichelt, eine ganze Stadt zum Pfand zu haben. Löwen ist reich, es konnte zahlen. Und dass es nicht zahlen wollte, war vorauszusehen. Der Narr ist selbst schuld. Schön, wenn du immer alles vorausweist. Gewiss nicht alles, Georg, aber allzeit genug, hoffe ich. Es ist nicht gesund, nur einem Herrn verpflichtet zu sein, sodass alles auf ihm allein steht. Wir stehen auf dem neuen Kaiser Maximilian und sonst auf keinem, genau wie der Lukas. Das muss man ändern, er hat recht. Ich denke, wir sollten neben dem Silber aufs Kupfer gehen. Es ist wegen der neuen Kanonen sehr begehrt. Was hast du da? Eine Beschreibung der Fördertechnik. Leider sitzen auf dem Kupfer die Sollenhofer drauf. Die Herbert und Baumgartner übernannt. In Tirol, ja, und also bei Max. Eben von dem aber sollten wir weg. Aber nicht in die Karpaten, die sind abgelegen vom Verkehr. Und überhaupt, wie man hört, sind die Gruben da ganz elend abgesäugt. Und so viel billiger bekommt man sie. Wir brauchten dort freilich einen allerersten Ingenieur, der sie uns trocken pumpt. Von dem Format gibt es nur einen, den Krakauer Toso. Ich habe ihm geschrieben, ja. Schon geschrieben? Nächste Woche fahre ich hin. Besagter Johann der Ältere Toso, geboren in Leutschau in der Zips, galt als der bedeutendste Montaningenieur der Zeit. Er verstand sie auf die Kunst des Grubenbaus. Und seine Wasserkünste, ausgeklügelte Hebewerke, mit denen er Grundwassereinbrüchen zu Leibe ging, waren legendär. Ebenso sein Talent fürs Leben, für Feste, für Weiber und Schnaps. Das heißt, Krakau, Panfuga, ist eine wundervolle Stadt. Ich bin überall in Europa gelesen, aber alt werden und sterben möchte ich nur hier. Ihr gebt mir nicht Bescheid. Ich vertrage keinen Alkoholtor, Toso. Wein ist doch kein Alkohol. Was wir hier saufen, ist Wodka von 50%. Ich bin auch nicht nach Krakau gereist, um zu trinken. Ach, das Leben ist schön, Panfuga. Arbeit ist gut, sehr gut. Ich arbeite wie ein Rocks, aber ich zaufe auch wie eins. Auch Feste sind schön. Auch Feste sind schön, Panfuga. Gehen wir ein wenigst zur Seite. Für Geschäfte ist es hier etwas zu laut. Und du gehst mit. Ich brauch dich. Kommt, Panfuga. Seht her. Und ihr seid sicher, dass ihr damit das Wasser vollkommen auspumpen könnt? Die ungarischen Karpatengruben sind heigli. Ihr werdet keinen Zweiten finden, der das kann. Ja, ausgenommen mein Sohn Georg allenfalls. Demnächst. Er ist noch unerfahren, aber seine Begabung steht dem Meinen nicht nach. Ich bemühe mich zu lernen. Ich weiß, dass ihr die nötige Kenntnis habt. Vor allem habe ich die amtlichen Privilegien, die zur Erschließung des ungarischen Bergwesens nötig sind. Die königliche Vollmacht lautet auf mich. Ihr macht wenig Gebrauch davon. Kommt Zeit, kommt Rat. Woran es fehlt, ist nicht Rat, sondern Geld. Ihr wollt also euer Geld und meine Kunst vor denselben Wagen spannen. Aber ein Wagen läuft nur gut, wenn die Pferde gleich stark sind. Ich mache mit Panfugger, aber nur, wenn ich gleich beristigt bin. Das bedeutet exakt? Ihr gebt das Kapital. Ich die Arbeit und bin beteiligt zur Hälfte der Ausbeute. Exakt die Hälfte Pan. Das ist eine unerhörte Forderung. Ich bin ein unerhörter Mann. Gut, ihr bekommt, was ihr wollt, aber es ist eine Bedingung dabei. Peinlichste Verschwiegenheit gegen jedermann. Tja, die dürfte allerdings ratsam sein. Die Ungarn mögen euch Deutsche nicht besonders. Dagegen ich, ich bin bloß ein Polak. Das ist mein Interesse an der Diskretion. Das eure ist, dass nach Krakauer Gesetz Konsortien unserer Art unter Strafe stehen. Ihr seid wohl präpariert in der polnischen Justiz. Wann schließen wir ab? Wann immer ihr mögt. Dann Toppahnfugger. Und nun genug geredet. Wenn ich Musik höre wie dieser, muss ich weinen oder tanzen. Und ich tanze lieber. Hilfe mir Gott. Was für ein lebenshungriger Mann. Man kannte ihn bislang als Ingenieur. Mit einem Mal wurde er selber Bergwerksbesitzer und einer von den ganz Großen. Grube um Grube sollte an ihn kommen. Und er zahlte ohne zu feilschen. Woher hatte er plötzlich das viele Geld? Fragte ihn wer, lachte er bloß. Sag mal, der liebe Gott hat mich gern. Er spendet mir seinen Segen. Der wahre Segensspender blieb im Verborgenen. Diesmal wie immer. Jakob Fugger liebte das verdeckte Spiel. Wozu schlafende Hunde wecken? Man hatte der Feinde auch ohne dies schon genug. Kaiserliche Majestät, nichts für ungut. Aber auf gut tirolerisch muss ich sagen, es ist eine Sauerei. Nun, 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 nun. Ausgeplündert wie von diesen Fuggern wurde unser Tirol noch niemals. Das tirolische Silber fließt ins Ausland, Majestät. Wodurch uns der Münz gewinnend geht. Verpfändete Rechte sind verpfändete Rechte. Und sie waren verpfändet schon vor meiner Zeit. Als Ritter weiß ich so viel immerhin, dass man abzutragen hat, was man schuldet. Aber es ist zu viel, Majestät. Die Fugger haben nach unserer Rechnung fast eine Viertelmillion Silber aus dem Land gezogen. Allein im vorigen Jahr. Und das zu einem kaiserlich gewährten Vorzugspreis. Währenddem unsere Münzmeister nicht mehr genug zum Prägen haben und deshalb vom Fugger zurückkaufen müssen. Zu einem Preis, der kein Vorzugspreis ist. Man klagt immer, dass viel Silber über die Grenzen geht. Aber davon, dass die Gruben, seit sie in Fuggers Händen sind, dreimal so viel fördern wie früher, hört man nichts. Ja, weil man nichts davon merkt. Es bleibt weniger im Lande als früher. Und was hat man davon? Genug, ihr Herren. Ich bin Kaiser und Kriegsherr, kein Krämer. Unwürdig genug, dass ich mich mit so etwas Niedrigem abplagen muss wie mit dem Geld. Ich habe vor, auf Gämsen zu perschen. Und muss morgen vor Sonnenaufgang in der Martinswand sein. Die Hand verzeihen. Jedes Mal geht's so. Ihm gilt es schon für eine Sünd, wenn man den Namen Fugger nur ins Maul nimmt. Solange Sie ihm die Kasse füllen... 30.000? Bloß 30.000? Was soll das, Ross? Der Fugger lässt sagen, er gibt nicht mehr. Ich brauche fünfmal so viel. Wo steckt er? Er ist abgereist. Ich hatte ihn doch zu mir befohlen. Er wollte sich Eurer Majestät über Redungskünsten entziehen. Und offen gesagt, 30.000 sind viel Geld. Aber nicht, wenn man in Italien den alten Einfluss des Reichs wieder aufrichten will. Darf so ein Pfeffersack einfach wegbleiben? Wenn's ein Kaiser in Heer befiehlt? Dabei, er hat's doch. Bloß, dass er es für was anderes braucht. Ich weiß es, Ross. Ich hab mir's zusammenschreiben lassen von der Rechnungskammer, was er am Metall gekauft hat. Nicht bloß Silber, Kupfer. Immer mehr Kupfer. Er will hinter meinem Rücken ans Kupfer kommen, das ich für meine Kanonen brauch. Nun, glücklicherweise gehören die fettesten Gruben dem Sollenhofer, dem Herwart, dem Baumgartner und die sitzen alle fest drauf. Und Gott erhalte sie dort. Wir werden diesmal dem Fugger in Notabene setzen, dass er so schnell nicht vergessen soll. Den Sekretarius, gleich. Er will das Monopol aufs Kupfer gewinnen. So viel seh ich klar. Und er soll's kriegen. Doch, 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 doch. Aber nicht er allein, sondern alle vier zusammen. Alle vier großen Kupferkrämer zusammen. Der Sollenhofer? Und Konsorten, jawohl. So verfeindete Leute, die ziehen niemals am selben Strick. Alle vier nicht. Aber drei davon. Gegen den vierten. Wie zwischen Mühlsteine pressen werden sie ihn, den Ungeliebten, genossen. Um Gnade wird er mich demnächst anwinseln. Pass auf. Er wird drauf nicht eingehen wollen. Er muss. Sein Geld macht ihn stärker in manchem. Jetzt endlich kommt des Kaisers Macht ins Spiel. Schreibt an meinen viellieben Handelsherrn Jakobus Fogart zu Augsburg etc. pp. Ich hab's vorausgeahnt. Sie haben sich sicher mit dem Kaiser verfeindet. Ich hab's geahnt. Und die Sache hat keinen Pferdefuß? Welchen denn? Jetzt kommt es nur darauf an, dass wir drei zusammenhalten. Die Fugger sind Neulinge im Kupfergeschäft. Es müsste doch für uns möglich sein, sie abzuwürgen. Der Kaiser bestimmt, dass alle vier an den vereinbarten Verkaufspreis gebunden sind. Zusammenstehen müssen wir, ich sag es ja. Und Sie müssen den Preis akzeptieren, über den wir uns einig sind. Wir werden ihn sehr knapp halten. Und zwar so knapp, dass wir gerade noch auf unsere Kosten kommen, während Sie, die noch im Aufbau sind, Verluste machen. Und das so lang, bis Sie der Atem verlässt. Sie aus dem Kupfergeschäft heraus sind. Und es hat auch wirklich keinen Pferdefuß? Wenn wir drei zusammenhalten, nein. Ich hätt's ihm nicht zugetraut, dem Maximilian, dass er auf so etwas kommt. 150.000. Das sind unsere letzten Reserven. Gib ihm das Geld und lass das Tiroler Kupfer sausen. Wir sind nicht drauf angewiesen. Wir haben das Ungarische, wovon er nichts weiß. So leicht lass ich mich nicht aus Tirol verdrängen. Wir leben auch so, Jakob, und gut. Gut leben? Das hat mich noch nie gereizt. Er rechnet damit, dass wir uns verbeißen und uns ruinieren wie der Lukas. Klein will er mich sehen. Weißt du einen Ausweg? Mag sein. Vielleicht sogar mehr als das. Wer steht zwischen uns und dem Monopol? Sie. Diese drei Mühlsteine um unseren Hals. Aber vielleicht lässt sich's drehen, dass nicht wir sind, die ersaufen, sondern Sie. Gerade weil er uns zusammen ins Wasser schmeißt. Aber was tun? Er hatte noch kaum den Zipfel eines Gedankens erfasst. Da ran auch schon das Ungefähre in seinem Kopf zusammen und nahm Gestalt an. Torso und das Karpatenkupfer. Später, in aufgeklärten Zeiten, hätte man das, worauf er zielte, Dumping genannt. Das Wort war damals noch nicht erfunden. Aber die Sache selber erfand er sich grad. Schauplatz seiner Intrige sollte Venedig sein. Das Herzstück des Planes war, dass er das Karpatenkupfer hatte und niemand wusste davon. Es durfte auch keiner was wissen. Nicht einmal, dass er den Tor so kannte. Man traf sich in verschwörerischer Heimlichkeit. Hierher, wenn's gefällig ist. Ihr habt Anweisungen für mich? Lässt die ungarische Produktion sich in die Höhe treiben? Wenn man sich anstrengt. Gut, strengt euch an. Wir brauchen jetzt Kupfer, Kupfer und wieder Kupfer. Hier. Aber es ist so schon zu viel auf dem Markt. Von eurem theoretischen Konsortium. Und man handelt es per Unruhigen billig für meinen Geschmack. Unterbietet es. Immer unterbieten, so tief der Preis auch fällt. Werft auf den Markt, was das Zeug hält und unterbietet es. Aber ich komm unter meine Gestehungskosten dabei. Kümmert euch nicht um die Verluste. Die holen wir herein danach. Und mehr als nur das. Hä? Da ich euch und das Karpatenkupfer im Rücken habe, sie aber nichts, halte ich länger durch als die Herren Konsorten. Ihr wollt sie ruinieren? Ich, sie oder sie, mich. Wenn sie am Ende sind, dann werde ich versuchen, ihre Gruben zu kaufen. Und dann gehen wir mit dem Preis hinauf so hoch, als immer wir wollen. Dann sind wir ohne Konkurrenz. Ich hab schon verstanden. Offen gesagt, ich bin froh, bloß ein biederer Ingenieur zu sein. Handel ist ein übles Geschäft. Dann seid froh, dass ihr mich habt. Ihr verdient gut und dürft bieder bleiben. Fugger, unsere Magazine sind vollgestopft bis zum Dach. Niemand kauft. Wie soll auch jemand bei uns kaufen, wo wir immer zu teurer sind als der Turso? Es ist eine Katastrophe, Herr Fugger. Unser Faktor bietet das Kupfer zu dem Preis an, den die Herren selbst festgesetzt haben. Die Herren selbst haben darauf bestanden, dass dieser Preis uns bindet. Turso's Preis kann nie die Kosten decken. Ich frage mich, was hat er davon, wenn er draufzahlt, bloß um uns zu ruinieren? Sein Markt ist der Norden und Osten und nicht Italien. Ich sag's frei heraus. Es wird gemunkelt, er sei mit den Herren hier geschäftlich liiert. Munkeln genügt nicht. Man muss es beweisen können, Herr Sollenhofer. Selbst wenn es so wäre. Nach Reichsgesetz wäre es legal. Wo im Vertrag steht, dass wir uns nicht auch anderweitig liieren dürften? Ich wollte es nicht glauben, aber es ist wohl wirklich wahr. Das ist eine bodenlose Gemeinheit. Was? Dass wir den Kupferpreis niedrig halten? Damit haben doch die Herren begonnen. Das schon, aber doch nicht bis zum Ruin. Nicht bis zum euren, nur bis zum unsrigen. So war's doch gedacht. Wie lange halten wir noch durch? Ich bin jetzt schon am Ende und die wissen auch, dass ich es bin. Wenn die Herren ihr Kupfer nicht länger liegen lassen können, wir wollen nicht ungenädig sein. Wir kaufen. Zu welchem Preis? Zum rechten. Das ist der des Konsortiums. Gestern. Heute ist der vom Turso recht. Aber dann retten wir kaum die nackte Haut. Das Gewerbe ist hart. Ich wüsste einen Ausweg, der den Herren vielleicht einen neuen Anfang ermöglicht. Die Herren verkaufen uns nicht nur ihr Kupfer, sondern auch die Gewerke, aus denen es kommt. Wir sollen unsere Gruben veräußern? An euch? Wir könnten nicht den Preis erlegen, wie er vor der Krise stand, aber einen ordentlichen immerhin. Die Gruben von Turso gehören Ihnen schon und wenn Sie unsere auch noch haben, hätten Sie alles. In ganz Europa. Es wäre das Monopol. Das ist ungesetzlich. So viel Moral jetzt auf einmal? Das tirolische Monopol hatten die Herren doch selbst. Zusammen mit unserem Konsortium. Das hat den Rechtssinn der Herren nicht belastet. Ich schicke meinen Sohn. Er soll über den Verkauf verhandeln. Ich habe keine Wahl. Ich bin am Ende. Und wenn ihr beide noch ein bisschen Verstand habt, macht ihr mir's nach. Nimm dich in acht, der Kaiser kommt. Es ist mit ihm nicht gut Kirschen essen, glaube ich. Warum? Es ist wegen dem Fugger, der ihm einen bösen Streich gespielt hat. Der gerissenste Streich, von dem ich meinen Lebtag gehört habe. Majestäts sind gut gelaunt. Um Vergebung, aber der Streich wird auf eure Majestät Rechnung geführt. Ja, 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 damit hast du freilich recht. Aber das heißt nicht ritterlich geredet, Ross. Was meisterlich ist, muss man anerkennen. Auch wenn es einen aus dem Sattel hebt. Ich habe geglaubt, ihm den Meister zu zeigen. Aber dieses Chorkneblein hat ihn mir gezeigt. Und dabei habe ich es gleich gewusst. Gleich. Gleich, als ich ihn das erste Mal sah, dass er einzig ist. Wir waren auch Kinder damals. Ross. Na, schau nicht so sauer, Ross. Ich habe eine gute Menschenkenntnis. Und ich bin stolz darauf. Einem Kurier nach Augsburg. Ich lasse mich dem Jakob Vogel empfehlen. Auf unsere immerwährende Verbundenheit. Sein Allzeit gnädiger Kaiser. Ein sonderbar tiefes Gefühl durchströmte den sonst so spröden Mann. War es Zufriedenheit? Glück sogar? Die Menschen mag sein, dass er sie im tiefsten Innern hasste. Zumindest irritierten sie ihn. Wo er ruhig wurde, frei, das war immer nur vor dem ganz und gar Körperlosen. Vor dem unsichtbaren, verborgenen Gott. Vor den schweigsamen Ziffern seiner Bilanz. Dennoch fröstelte ihn. Hatte er vom Los jenes sagenhaften Midas vernommen, dem alles zu Gold wurde, was mit seinem lebendigen Fleisch in Berührung kam? Der viel beneidete König Midas. Elend zugrunde musste er gehen. Verdarbend an ungesättigtem Hunger. Verschmachtend an ungestilltem Durst. Ahnte er die Gefahr ganz tief in sich? Er, den sie von jetzt an Jakob Fuger den Reichen nannten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Musik Musik